Das bin ich wieder, ja. Ja. Ich bin eh wohl schön da. Sehr richtig schön, der Meerestol. Ich bin sogar damals schon mal da neben die Schiene sogar gegangen. Okay. Aber eigentlich darf man das nicht, aber wo soll ich sonst gehen? Auf der Straße kann ich auch nicht gehen. Da ist gerade ein Zug aufschütteln. Ich weiß. Das liegt sicher schon einen Monat da. Das hat irgendwie rausgeschmissen wahrscheinlich. Ja. Und ja, da fliegt auch eins. Ich frage mich, wer sowas macht. Vielleicht die dummen Heimkinder fahren schon irgendwo. Und das könnte sein. Jetzt kann ich auch sehen, dass der Wind vielleicht so stark war, dass es raus sieht. Nein. Nein. Das steckt ja fest. Da drehen halt. Für Antrieb wagen bin ich am meisten traurig. Was? Für Antrieb wagen mache ich mir am meisten. Sag ich aber so viel ins Kind. Welcher? 096. 094 bleibt in Wiener Neustadt. Und 090 auch. Da habe ich Michael noch mitgefragt. Der hat gesagt, dass er wahnsinnig ist. Ob die zwei in Wiener Neustadt bleiben. Das kann sein, dass es in Wiener Neustadt keine Wien zu gehen. Mhm. Krass. Dann hast du gar keinen von Wiener Neustadt aus Wiener Neustadt. Nein. Aber dafür kommt vielleicht 084 zu uns. Das kann ja sein, dass 094 in Wiener Neustadt bleibt. Nein. Nein. Das ist sicher nicht. Was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich sehe ja auch. Haben wir dir eigentlich jetzt einmal Fotos von 96 geschickt? Nein. Oh ja. Oh ja. Hast du ihn noch? Nein. Nein. Die habe ich auch leider runterlöschen müssen. Weil du wirst ja nicht, dass ich es auf die Festplatten tue. Deshalb habe ich sie einfach nicht auf die Festplatte getan. Hast du es auf dein Handy drauf? Ja. Kannst du mir das schicken? Weil ich brauche nicht die ganzen Fotos. Ich schaue gerne, ob ich es noch habe. Aber ich gehe leider gerade nicht, weil die Kamera rennt. Das ist eine schöne, wie 30. Ja, in Wiener Neustadt jetzt. Ist eine neue Heimat. Was schon? Ja. Ich bin auf der Laufthalpe in Bernheim und bin auf der Laufthalpe von mir gefahren. Aber 030 ist jetzt keine Grenze mehr. Leider. Der wurde ja nach meiner neuen Stadt umstationiert. Ich finde eigentlich irgendwie unlogisch aber ja. Aber ich weiß nicht, ich kann dir noch sagen, dass ich 030 bin immer in seine alte Heimat zurückkehren. Aber sicher nach Linz kommt er sicher, oder? Vielleicht. Oder er bleibt in Wiener Neustadt. Das kann auch sein. Weil nach vorne in Wiener Neustadt bleibt dann wieder sicher Dreckig werden. Aber das ist er zum Glück halt noch nicht. Nur in 89. Super. Denn hoffentlich sicher nicht bald einmal wieder. Ich möchte einmal wieder mit ihm fahren. Stehen gar keine Wegen da. Okay. Okay. Bis dahin. Bis dahin. Já. Naja. Sondern 3. The Books. ám Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn's the vehicle want to turn it.